A simple favor, nur ein kleiner Gefallen von Darcy Bell. Es liest Tanja Geke. Meine Mutter sagte oft, jeder hat Geheimnisse. Darum wird man jemand anderen nie wirklich kennen und darf niemandem vertrauen. Darum kennt man sich selbst auch nie. Manchmal hat man sogar vor sich selbst Geheimnisse. Spürte sie, dass ich als Erwachsene dunklere und beschämendere Geheimnisse haben würde als alle anderen? Geheimnisse, die ich in den meisten Fällen zu bewahren schaffte, sogar vor mir selbst. Stefanies Blog. Eintrag dringend. Hi Moms. Das hier wird ein Eintrag, der sich von allen bisherigen unterscheidet. Nicht wichtiger, denn alles, was mit unseren Kindern geschieht, ihre Sorgen und Freuden, ihre ersten Schritte und ersten Worte sind das Wichtigste auf der Welt. Sagen wir mal so, dieser Eintrag ist dringender. Viel dringender. Meine beste Freundin ist verschwunden. Schon seit zwei Tagen. Ihr Name ist Emily Nelson. Wie ihr wisst, nenne ich nie die Namen von Freunden im Blog. Aber jetzt werde ich aus Gründen, die ihr schon bald verstehen werdet, vorübergehend meine sonst so strikt gewahrte Anonymität aufgeben. Mein Sohn Miles und Emilies Sohn Niki sind die besten Freunde. Sie sind fünf. Beide wurden im April geboren, weshalb sie im Vergleich zu den anderen Kindern in ihrer Klasse verhältnismäßig spät eingeschult wurden und somit etwas älter sind. Ich finde, sie sind reifer. Miles und Niki sind so, wie man sich Kinder nur wünschen kann. Bescheidene, ehrliche und freundliche kleine Menschen. Die beiden freundeten sich in der Vorschulklasse der staatlichen Schule an. Emily und ich trafen uns das erste Mal, als wir sie dort abholten. Manchmal denken Miles und Niki sich richtige Drehbücher aus und spielen sie uns vor. Ich lasse die Jungs dann mit dem Handy filmen, obwohl ich sonst immer sehr darauf achte, wie viel Zeit die Kinder mit Computer, Fernseher und all den anderen Geräten verbringen, die Elternschaft in der Moderne zu so einer Herausforderung machen. Eine tolle Darbietung war ein Krimi, die Abenteuer von Dick Unique. Niki war der Detektiv, Miles der Verbrecher. Niki sagte, ich bin Dick Unique, der schlauste Detektiv der Welt. Miles sagte, ich bin Miles Mandible, der schlimmste Verbrecher der Welt. Sie jagten einander durch den Garten und taten so, als würden sie mit ihren Fingern aufeinander schießen. Niemals Waffen. Es war richtig toll. Ich wünschte nur, dass Miles' Dad, mein verstorbener Mann Davis, hier gewesen wäre, um das zu sehen. Manchmal frage ich mich, von wem Miles diese theatralische Ader hat. Von seinem Dad, vermute ich. Einmal habe ich zugesehen, als Davis vor potenziellen Kunden eine Präsentation hielt und ich war überrascht, wie lebhaft und dramatisch er war. Bei mir verhielt er sich anders. Dann war er mehr er selbst, nehme ich an. Ruhig, freundlich, humorvoll, nachdenklich. Obwohl er manchmal eine genau vorgefasste Meinung haben konnte, vor allem in Bezug auf Möbel. Doch das schien nur logisch, denn schließlich ist er ein erfolgreicher Architekt gewesen. Davis war ein Engel. Mit einer Ausnahme. Oder zwei. Niki erzählte, seine Mutter habe ihnen geholfen, sich Dick-Unique auszudenken. Emily liebt Krimis und Thriller. Sie liest viele im Zug nach Manhattan, wenn sie nicht gerade ein Meeting oder eine Präsentation vorbereiten muss. Bevor Miles geboren wurde, las ich viel. Ab und zu nehme ich heute ein Buch von Virginia Woolf zur Hand und lese ein paar Seiten, um mich daran zu erinnern, wer ich mal war oder wer ich hoffentlich immer noch bin. Irgendwo jenseits der Playdates und Schulessen und der frühen Schlafenszeit ist die junge Frau, die in New York City lebte und bei einem Magazin arbeitete, die Freunde hatte, die am Wochenende brunchen ging. Keine dieser Freunde hatten Kinder. Niemand von ihnen ist in die Vorstädte gezogen. Wir haben uns aus den Augen verloren. Emilys Lieblingsautorin ist Patricia Highsmith. Ich verstehe, was ihr an den Büchern gefällt. Es sind echte Schmöker. Die Hauptperson ist in den meisten Fällen ein Mörder oder Stalker oder ein Unschuldiger, der verhindern will, dass man ihn umbringt. Das Buch, das ich gelesen habe, handelt von zwei Männern, die sich in einem Zug kennenlernen. Sie vereinbaren, dass sie jeweils für den anderen jemanden umbringen. Ich wollte das Buch mögen, aber ich habe es nicht zu Ende gelesen. Aber als Emily mich danach fragte, erzählte ich ihr, ich hätte es geliebt. Das nächste Mal, als ich zu ihr kam, sahen wir uns den Film auf DVD an, den Hitchcock nach diesem Roman gedreht hatte. Eine Szene, bei der ein Karussell außer Kontrolle geriet, war für mich fast schon zu spannend. Emily und ich saßen in den beiden Ecken der riesigen Couch in ihrem Wohnzimmer, die Beine ausgestreckt und eine Flasche mit gutem Weißwein auf dem Couchtisch. Als sie bemerkte, wie ich auf die Karussellszene reagierte, die ich nur durch die gespreizten Finger angucken konnte, lächelte sie und machte das Daumenhochzeichen. Es gefiel ihr, dass ich Angst bekam. Ich konnte nur denken, was, wenn Miles auf dem Karussell sitzen würde. Nach dem Film fragte ich Emily, glaubst du, die Menschen wären in der Realität auch in der Lage, so etwas zu tun? Emily lachte. Bist du süß, Stephanie. Du wärst überrascht, wozu die Leute fähig sind. Dinge, die sie niemandem gestehen würden, nicht mal sich selbst. Ich wollte ihr sagen, dass ich nicht so süß war, wie sie glaubte. Ich habe auch ein paar schlimme Dinge getan. Doch ich war zu überrascht, um etwas zu sagen. Sie klang gerade wie meine Mutter. Ihr Moms wisst, wie schwer es ist, nachts gut zu schlafen, ohne dass irgendwelche Horrorgeschichten durch unsere Köpfe kreisen. Ich habe Emily immer versprochen, dass ich mehr Bücher von Patricia Highsmith lesen werde. Aber jetzt wünsche ich nur, ich hätte dieses eine nie gelesen. Das Mordopfer des einen Mannes war die Ehefrau des anderen. Und wenn die eigene beste Freundin verschwindet, möchte man nicht, dass diese Geschichte einem in den Sinn kommt. Nicht, dass ich Emilys Ehemann Sean zutraue, dass er ihr was antut. Offenbar haben sie Probleme. In welcher Ehe gibt es die nicht. Und ich bin nicht gerade Seans größter Fan. Doch ich glaube, im Grunde ist er ein anständiger Kerl. Miles und Niki sind in derselben Vorschulklasse, der hervorragenden staatlichen Schule, über die ich schon so oft geblockt habe. Da wir außerhalb des regulären Einzugsgebiets wohnen, können unsere Kinder nicht mit dem Schulbus fahren. Emily und ich fahren unsere Jungs morgens hin. Ich hole Miles jeden Tag in der Woche ab. Emily arbeitet freitags nur halbe Tage, sodass sie dann Niki von der Schule abholen kann. Oft unternehmen wir freitags was Tolles mit den Jungs. Wir gehen Burger essen oder spielen Minigolf. Ihr Haus ist nur zehn Minuten Fahrt entfernt von meinem. Wir sind praktisch Nachbarn. Ich liebe es, bei Emily zu sein. Dort liegen wir auf ihrer Couch, wir reden und trinken Wein, während eine von uns immer mal wieder aufsteht und nach den Jungs sieht. Ich liebe es, wie sich ihre Hände bewegen, wenn sie redet. Wie das Licht ihren wunderschönen Diamantring mit Saphiren aufblitzen lässt. Wir reden viel über das Muttersein. Uns gehen die Themen nie aus. Es ist so aufregend, eine richtige Freundin zu haben, dass ich manchmal vergesse, wie einsam ich war, bevor wir uns kennenlernten. Den Rest der Woche holt Emilys Nanny Allison, die in Teilzeit bei ihr arbeitet, Niki nach der Schule ab. Emilys Mann Sean arbeitet oft bis spätabends an der Wall Street. Emily und Niki haben Glück, wenn es Sean zum Abendessen nach Hause schafft. Wenn Allison sich mal krank meldet, schreibt Emily mir und ich springe ein. Die Jungs hole ich dann erst mal zu mir, bis Emily nach Hause kommt. Ungefähr einmal im Monat muss Emily länger bei der Arbeit bleiben und zweimal, vielleicht dreimal musste sie sogar über Nacht weg. Wie dieses Mal, bevor sie verschwand. Emily arbeitet als PR-Managerin für einen berühmten Modedesigner in Manhattan, dessen Namen ich bisher auch lieber nicht genannt habe. Sie ist sogar die Leiterin der Presseabteilung für diesen sehr berühmten Designer. Wenn Emily aus der Stadt zurückkommt, fährt sie auf direktem Weg vom Bahnhof zu uns und holt Niki ab. Wenn ihr Zug sich verspätet, schreibt sie mir auch das. Es ist jetzt zwei Tage her, seit sie nicht hier aufgetaucht oder sich bei mir gemeldet hat. Sie reagiert auf keine meiner Nachrichten oder Anrufe. Irgendwas Schreckliches ist passiert. Sie ist verschwunden und ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ihr Moms, klingt Emily für euch wie eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt und zwei Tage lang einfach verschwindet, ohne sich zu melden? Ich meine, solange irgendwas nicht stimmt? Im Ernst? Okay, ich muss los. Ich fürchte, die Schokokekse im Ofen brennen gerade an. Mehr in Kürze. Alles Liebe, Stephanie. Stefanies Blog Wo wir jetzt leben Hi Moms. Bis jetzt habe ich versucht, nicht den Ort zu nennen, in dem wir leben. Privatsphäre ist so wertvoll und heutzutage hat man nur noch so wenig davon. Die Leute denken immer, es müsse eine reiche Stadt sein, weil sie in dem reichen Teil von Connecticut liegt. Aber das ist gar nicht so. Emily und Sean haben Geld. Ich habe genug, um von dem zu leben, was mein Mann Davis mir hinterlassen hat. Aber weil Emilys Verschwinden alles ändert und weil jemand, der in unserer Nähe wohnen könnte, sie gesehen haben könnte und weil ich verzweifelt bin, muss ich wohl den Namen nennen. Es ist Warfield, Connecticut. Mit dem Pendlerzug, ungefähr zwei Stunden von Manhattan entfernt. Miles und ich lieben das Leben hier. Besser gesagt, ich habe es gelebt. Bis heute. Denn ich bin wegen Emily so besorgt, dass jeder irgendwie unheimlich auf mich wirkt. Ich hätte das hier schon viel früher schreiben sollen. Emily ist ungefähr 1,70 groß. Sie hat blonde Haare mit dunkleren Strähnen. Ich habe sie nie gefragt, ob die echt sind. und dunkelbraune Augen. Sie wiegt ungefähr 60 Kilo. Sie ist 41, aber sie sieht wie 35 aus. Höchstens. Sie hat ein dunkles Muttermal unter dem rechten Auge. Ich habe es erst bemerkt, als sie mich fragte, ob sie es entfernen lassen sollte. Ich sagte nein, weil es gut aussieht und Frauen am französischen Hof sich diese Schönheitsflecken aufgemalt haben, habe ich gelesen. Emily trug immer ein Parfum, das man durchaus als ihren unverkennbaren Duft bezeichnen kann. Sie sagte, es werde aus Flieder und Lilien gemacht, von italienischen Nonnen. Sie bestellt es in Florenz. Das liebe ich an Emily. Diese eleganten, weltgewandten Sachen, die sie kennt und auf die ich niemals gekommen wäre. Ich mag es, dass ich immer am Geruch erkenne, ob sie in der Nähe ist oder wann sie zuletzt in einem Raum war. Ich kann ihr Parfum in Nickys Haaren riechen, wenn sie ihn fest an sich gedrückt und umarmt hat. Sie trägt immer den Ring mit Diamant und Saphiren, den Sean ihr zur Verlobung geschenkt hat. Emily hat außerdem ein Tattoo. Eines dieser zarten, dornkronen Armbänder um das rechte Handgelenk. Das hat mich überrascht. Zuerst dachte ich, es wäre so ein Ding aus der Modeindustrie, aber als ich das Gefühl hatte, sie etwas besser zu kennen, fragte ich nach und Emily sagte, ach das, das habe ich mir stechen lassen, als ich jung und wild war. Ich sagte, wir waren alle jung und wild, aber das war einmal. Es fühlte sich gut an, etwas auszusprechen, das ich meinem Mann nie gesagt hätte. Wenn er mich gefragt hätte, was ich mit wild meine und ich es ihm gesagt hätte, wäre das Leben, wie wir es kannten, zu Ende gewesen. Wartet, das Telefon klingelt. Vielleicht ist das Emily. Nee, mehr in Kürze. Alles Liebe, Stephanie. Stephanie's Blog Kleine Gefallen Hi, Moms. Das war nicht Emily am Telefon, sondern ein automatisierter Werbeanruf. Angeblich habe ich eine Reise in die Karibik gewonnen. Wo war ich? Ach ja, genau. Letzten Sommer sonnten wir uns im Schwimmbad, während die Jungs im Babybecken planschten, als Emily sagte, ich bitte dich immer um Gefährlichkeiten, Stephanie, und ich bin so dankbar, aber darf ich dich um noch einen Gefallen bitten? Kannst du auf Nicky aufpassen, damit Sean und ich wegfahren können? Es geht um das Wochenende von Seans Geburtstag. Wir wollen zu der Hütte meiner Familie. Emily sprach immer von der Hütte, aber ich stelle mir das Ferienhaus ihrer Familie am Ufer eines Sees in NordMichigan ein bisschen schicker vor als das. Ich war überrascht, dass Sean damit einverstanden war, und ich will ihn darauf festnageln, bevor er seine Meinung ändert. Natürlich war ich einverstanden. Ich weiß nicht, was sie am Tag ihres Verschwindens trug, denn ich habe sie nicht gesehen, als sie Nicky in die Schule gebracht hat. Sie war an dem Tag etwas zu spät. Vermutlich sah Emily so aus wie immer, wenn sie ins Büro fährt. Wie eine Managerin aus der Modebranche, sie bekommt die Designerklamotten mit einem üppigen Rabatt, die unterwegs ins Büro in der City ist. Sie hatte mich an dem Morgen früh angerufen. Bitte, Stephanie, ich brauche deine Hilfe. Wieder mal. Bei der Arbeit gibt es einen Notfall und ich muss länger bleiben. Alison hat Vorlesungen. Kannst du Nicky von der Schule abholen? Ich sammle ihn dann abends bei dir ein, spätestens um neun. Ich weiß noch, wie ich mich fragte, was wohl in der Modebranche ein Notfall war. Die Knopflöcher waren zu klein? Jemand hatte einen Reißverschluss verkehrt herum eingenäht? Ich bin jäzze. Ich bin jäzze. Ich bin jäzze. Ich bin jäzze. Vielen Dank.